Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Und dann auch ausgerechnet Himmler! Das soll die Armee in Kirchbach! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrückt! Was soll das heißen? Sie können Wege noch nicht finden. Dann suchen Sie eine Sabbat! Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Wenn soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staate mündlich gemacht! An meiner Passion! Bringen Sie mir Felgelein! 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 Soll der Eiterzahn hindern, selbstständig zu denken? Was hat er daraus gemacht? Wie bitte? Felgelein! Felgelein!